Willst du? Oder nicht? Kommt raus? Ne, ne? Ich muss außen rumfahren. Dann machen wir das eben kurz. Was war das gerade für ein komischer Grünfilter? Oh Gott, war der eklig. Wo müssen wir hier nach Norden? Okay. Ja gut, machen wir das eben. Waren wir da nicht eben schon? Oder von wo sind wir gekommen? Warte mal. Wir sind von da gekommen. Wir haben... Ne, wir sind von unten. Wir sind von da gekommen, ne? Wir waren eben ja noch in einem großen Biolab. Ich dachte schon, ich bin langsamer. Du schießt echt alles ab. Wir haben jetzt noch keine eigene... Doch, guck mal da. Seht ihr die Zäune da? Das ist eine gebautische Base. Sorry. Ich habe einen engen Schaden bekommen. Dieser Zaun hier, das ist eine gebautische Base. Das ist von Spielern gebaut. Das hier, glaube ich, auch. Das ist cool. Wir wollen da vorne hin. Weg. Er war weggerammt, ey. Da rechts, da ist jemand. Warum? Ich wollte den Roadkill haben. Mano, ey. Ach, der hinten. Der kann reparieren. Das ist cool. Bäm, Bitches. So, spielt man das Spiel. Ich park direkt mal bei der A. Nein, der will es die vier machen. Über uns. Ah, ja. Okay, wir sind da. Das zählt. Alles, was zählt, ist, dass wir es auch irgendwie zu Alpha geschafft haben. Ich komme da nicht rauf. Ich bin zu klein. Ich brauche... Mach mal Räuberleiter. Kannst du nicht, ne? Scheiße. Tja, war blöd, dass er C4 dabei hatte. Ja, scheiß Ohrstöpsel fallen immer raus. Wenn ich die größeren Stöpsel nehme, dann tun mir die Ohren weh. Warum? Ich habe zuerst auf ihn geschossen und er konnte so wenig Bewegung machen. Ach, Mann, ey. Die Scheißwaffe ist so schwach. Ich brauche was mit mir ab. Bums. Ich habe zu C. Ist kaputt. Leichter Angriff. Einheit des Gegners im Einsatzgebiet. Danke. Danke. Ich bin hier drauf. So. Von wo? Von überall wahrscheinlich, ne? Warum? Nein, ich will nicht. Geh weg. Ich habe hier nichts getan. Fuck, ey. Haben wir nur Sunrower stehen? Ne, ne? Ich brauche mal irgendwie was. Ich muss den versuchen. Genau darum spiele ich dich. Ich sehe einfach nicht, von wo die kommen. Ah, ja, genau. Weck mich, ey. Die sind so mies. Oh Gott. Ja, dieses wunderschöne Angreifen. Man sieht den Angriffs, man sieht den Respaar-Bildschirm jetzt mehr als das Spiel selbst. Ich muss mal kurz noch so. Ah. Ich glaube, links muss ich den großen reinmachen. Rechts geht der kleine, oder? Ähm. Wir gehen mal auf, äh, große Einheit. Das ist das Feind. Der haut ab. Trifft der? Jawohl, der trifft einfach noch. Perfekt. Von wo? Von oben. Klar. Warum auch nicht? Wäre so schön gewesen, wenn es einfach so gehen würde. Okay, wir haben Flugzeug. Wir haben... Ein Sunrower. Und wir haben viele Gegner. Ich glaube, ich wechsle auch auf, äh, Engineer. Ja, super. Welch ein Timing, ne? Der zweite Roadkill. Innerhalb der letzten fünf Minuten. Ja. Jetzt müssen wir ja noch deathen, oh Gott. Ein Teil will da kämpfen, ein Teil muss da kämpfen. Die werden uns hierhin angreifen. Ich spawne da einfach mal als... Ich geh mal als Heiler. Sollen wir mal was, äh, ausprobieren? Ah, nicht das. Wir gehen auf Ingenieur, weil er sich, äh, Munition geben kann. Barrage. Munition machen wir Flintenlaufgeschoss. Wir haben keine Zertifikationen. Tja. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich will wieder Heavy spielen. Heavy ist echt ganz cool. Der ist tot. Einfach so ein richtiger, äh... Pack, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man angeschossen wird, kann man sich schlechter bewegen. Ich habe gerade richtig extrem das Gefühl gehabt, nach links zu drehen. War richtig träge. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass, ähm... Normale Bewegungen, sobald ich anfange zu zoomen, wird es schon langsamer. Das könnte auch der Grund sein. Ups. Du bist in einem Stadion. Feind hat die Einrichtung. Was? Eine kostspielige Niederlage. Kostspielig? Alter. Oh Gott, jetzt kommen die aber wieder. Jetzt holen die uns. Ich muss echt den anderen links rein machen. Rechts geht der kleinere. Ja, jetzt haben wir zurückgedrängt. Oh Gott. Guck mal, die kommen sogar von da schon. Alle gleich wieder bei uns. Haben wir irgendwas? Wir müssen von... Hatte da ein Sunara stehen? Vermutlich nicht, ne? Ja, dann lassen wir jetzt den Sunara hinfahren. Oh. Es backt. Ich bin euch in den Boden gefallen. Tja. Okay. Warum auch nicht, nicht wahr? Hilfe! Hilfe! Ich stecke fest. Du helft mir doch bitte. Oh. Oh. Ich bin frei. Cool. Cool. Nein, ernsthaft? Das ist cool. Ich muss... Oh Gott, das nervt hier so ein bisschen. Ähm. Da. Soll ich mit Panzer hin? Ich will mit Prowler hin. Aber der braucht noch ein bisschen... Ach. Das ist doch doof, ne? Verankerungsmodus. Ohne den will ich nicht. Oh, der Sunara. Und ich glaube, ich fahre leicht in die falsche Richtung. Huch. Huch. Übertreibst du noch mehr? Oh, Junge, ey. Jetzt soll ich... Na gut. Wenn ihr das sagt... Dann komme ich jetzt da hin. Aber ich werde jetzt nicht meinen Sunara dafür opfern. Na, schon gelangweilt? Ah, das... Scheiße, ist so weit weg. Ich glaube, ich war falsch. Ich könnte es mir auch einfach nur einbilden. Ja. Ja. Wissen wir, was wir machen? Wir steigen um. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir einfach umsteigen. Wir nehmen jetzt etwas Schnelleres. Und dann zeige ich euch meine unglaublichen Luftkampf-Skills. Die nahezu nicht vorhanden sind. Die gar nicht vorhanden sind. Also wirklich gar nicht. Jetzt kurz da rum hin. Da oben sind nämlich die, ähm... Genau. Die meinte ich. Die nehmen wir jetzt. Und dann fliegen wir. Mit dem Moskito. Können wir den eigentlich verbessern? Ach, fuck. Das ist ja teuer. Verteidigung. Nein, Leistung. Ich weiß nicht, kaufen. Scheiße. Signal. Ach, das ist wieder das hier, ne? Na gut, mal versehen hier. Womit war das nur T? Genau. Ah ja. 1.600 DPI. Habe ich den angeschlossen? Ne, jetzt habe ich den Controller natürlich nicht angeschlossen. Ich wollte mal gucken, ob man den Controller spielen kann. Und ob man den dann gut spielen kann. Fuck. Wie gesagt, meine nicht vorhandenen Flug-Skills. Spare ich mir den Fußweg. Ich möchte die Leute als Heiler kommen. Schussschild-Generator. Haben wir nur einen Generator? Ja. Da ist deren Spawner. Bin ich gerade nicht unbedingt hin. Es sind vielleicht nur so wenige, die hier sind. Das war viel zu wenig. Wie kann ich mich meinen? Dieser Bereich ist im Sperrgebiet. Hätte ja klappen können. Hat es aber nicht. Scheiße. Bleiben wir beim Heavy. Ähm, ja. Sind das Spieler? Na, man hat doch einfach alles kaputt. Bin nur ich der Blöde, der das hier wieder reparieren darf. Ah, es bringt Punkte, aber trotzdem, ne? Da war was. Hm, dahin. Klar, das Visiert eigentlich auch ein ganz schön großes Problem. Es ist nämlich das einzige Einfach-Visier, das beim Ruheschalten trotzdem schwankt. Bei dir macht die Luft anhalten kann. Ich will was ausprobieren. Ne, ist nicht viel besser. Okay. Ich dachte, man könnte vielleicht besser zielen, wenn die einfach... Ne? Ja, toll. Bis hier jetzt wird es uns jetzt kaputt. Großartige Kriegskunst. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Sieht cool aus. Gatekeeper. Das ist keine Luftabwehr, sonst könnte ich höher schießen. Vielleicht ist es Schrotflinte. Junge. Das ist unser Fahrzeug. Mach es doch nicht kaputt. Bist du... Ist der behindert in seinem Kopf? Sag mal ja. Ja, bin ich. Ja, siehst du? Ich habe es doch gesagt. Der ist behindert in seinem Kopf. Ich treffe. Ob ich Schaden mache, ist eine andere Frage. Da oben sind wieder ein paar Flugkünstler am Werk. Wuh, er setzt sich ein. Aber nicht für Schwächere. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... Bodenfarben. Was ist das für eine Farbe? Beige oder braun? Braun, beige. Da ist beige, da ist braun. Langweilig. Ich gehe rein. Irgendwann geschossen. Ich will den Generator kaputt machen. Das habe ich auch als Auftrag. Ja. Mach natürlich wieder jemand anders. Ich glaube nicht, dass du da reinpasst. Schutzschildgenerator kritisch. Ist hier keiner? Hallo? Ist hier jemand? Offenbar nicht. Aber das war krass früher. Du kannst ja nicht zu nah in die Base reinfahren. Deine Sanderwada aufstellen, dass du halt Leute spawnen lassen kannst. Früher ging das aber. Dann konntest du hier reinfahren. Deswegen aktivieren konnte die Base hier. Heute haben sie ja diesen roten Sperrbereich gemacht, wo du nicht parken darfst. Wieso dürfen wir eigentlich nicht mit dieser Waffe da spielen? Wo ist der? War da gerade was verschwommenes, was auf den Spion hindeuten könnte? Nein? Okay. Da ist was. Ich gehe weg und da ist was. Das ist ungerecht. Ich bin wieder da und das ist weg. Das ist... Ja, das merkt ihr. Glaubt mir. Ich weiß es. Oh Gott, ich glaube, der zielt auf mich. Sichtkontakt zu feindlichem Kampfrufzeug. Sichtkontakt zu feindlichem Kampfrufzeug. Da war eine Hupe. Habt ihr es gehört? Oh Gott. Oh Gott. Sag mal, wehren die sich auch mal? Die sind hier. Nein, die wehren sich nicht. Erst beim nächsten Mal. Ich glaube, ich muss mal die Richtung. Da geht erst Party ab. Ich glaube, ich muss mal die Richtung.